Hallo und willkommen in unserem neuen Cupra Store nach Umbau. Jetzt unsere neue Eröffnung Cupra und Seat hier im Paunsdorf. Wir freuen uns auf euch, kommt einfach vorbei und schaut selber. Herzlich willkommen bei Automobile Müller in Leipzig. Wir sind hier bei Seat und Cupra. Wir haben heute unsere große neue Eröffnung des neuen Showrooms. Kommen Sie gerne in Zukunft vorbei. Wir haben den neuen Cupra Terra Mar hier und haben auch noch den nagelneuen Cupra Tabascan da. Kommen Sie gerne vorbei und fahren bei der Autos Probe und sehen, wie sie sich bewegen.